Aufnahme gestartet ich bin zu ich bin zuerst vielleicht nicht in der Zeit gibt es kann Katerina in Verlaken muss man da nicht beantworten ich glaube das ist jetzt mit Bannen ich bin jetzt erst mal Kater wenn ich bin 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 erko-kollegend gespielt ja seit Jahren Heute! Okay, war nicht Eko, den kann eh kein Mensch. Wann auf jeden Fall Leblanc, Leblanc. Wann Leblanc, bitte Leblanc, Leblanc. Leblanc! Geht ihr schon? Leblanc! Ach Gott, voll scheiße. Und Eko ist draußen! Seit wann ist Eko? Eko war heute Morgen nicht draußen, da stand, ja... Nein, da stand, er kommt später raus. Da stand, er wird erst im nächsten Patch oder so, laufend ist nix. Nein, später in diesem Patch. Oh, ja? Das heißt... Wann doch nicht Eko! Wieso? Weil Eko P ist egal, was ist. Die können den anderen nicht spielen! Wann bitte Röven! Bitte, Wann Röven! Auf dem Modus ist die so, und ja... Oh, ich doch irgendwie jetzt so... Wie wird gleich rankt? Ja, in 20 Minuten circa. Okay. Komm schon! Komm schon! Wann Röven! Wann Röven! Nicht Kata! Ey, wenn du Kata banst, du dich schweig rast aus! Wann einfach Röven! Röven und Leblanc, bitte! Wann zu zwei Runden, Hexer-Kil! Okay, Kata! Euch ist klar, warum ich sage, dass Hexer-Kil heiß ist? Nö! Okay, ihr werdet's... Wann doch Röven, Alter! Wenn die gepickt ist, töt' ich dich! Wann doch Röven, Alter! Vielleicht habt ihr's ja auch schon mitbekommen und findet's auch nicht so schlimm. Was? Ja! 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 Ich bin doch so zum Kotzen! Warte, warte! Ja, klar! Ja, aber das ist voll dumm! Es ist voll scheiße, glaubt mir! Ich glaube, wenn man gewinnt, macht's manchmal halt wenig Spaß, aber... Ey, sag... Okay, sag was, vielleicht merken wir das gar nicht, sag mal! Äh, es ist dieses... also es ist auf der 3 gegen 3 Karte. Es ist voll behindert! Hey, das war schon immer so! Ja, es ist... Nein, es gab auch ursprünglich mal Hexer-Kil auf der normalen... Ja, ja, es gab's auch mal, aber hey, was war denn schlimm? Es ist voll dumm, einfach! Ich finde... Sobald du... Sobald du ein bisschen in Führung bist als Team, hast du sofort gewonnen! Ja, das ist klar, deswegen picke ich auch Katharina! Katharina! Asia! Oh nein! Wir reporten erstmal Marco nach dem Gen, dafür, dass der Timo gepickt hat! Mach's guter Sinn! Alter, die Gegner haben so ne krasse Kombo! Oriana, Kata, Lux! Ich war letztens, ähm, nach einem Spiel, bei dem ich S-Plus bekommen hab, äh, fast überlegt, einen Gegner zu reporten. Wieso? Der hat mir einfach keinen Pentakill gegeben! Ich hab alleine einen Quadra-Kill gemacht! Das war mir schon zweimal so! Mit Kata, alleine Quadra-Kill! Das Behindertste war, ich stand vor deren Base einfach, also direkt vor deren, ähm, Nexus-Turret! Ja! Ne, ähm, Spawn-Turret, wie auch immer! Ähm, und der Lee Sin stand da rum und hat sich da erstmal so einen, ähm, getauntet und all diesen Quatsch gemacht halt! Dann hat der auch, er hat, der mich gecuht, hat immer mich rüber geflasht und mich geultet! Einfach in den scheiß Tower rein! Ja und? Ich muss jetzt reporten, weil du kein Skin hast, weil du unbedingt Kata spielen wolltest und kein Skin jetzt hast! Mann, jetzt haben wir den Skinfight verloren! Jetzt ist es vorbei! Jetzt ist es aus! GG Report! Aber die Gegner, Gott, die haben... Ja, wir haben Skinfight nicht verloren! Temo macht's weg! Die haben Soraka! Die haben Oriana! Katharina! Niederli! Ezreal! Lux! Alfg! Gut, dass ich nicht Kata bannen durfte! Ja, ist doch gut! Ich bin beste Kata! Du wirst scheiß mit Kata! Wenn wir gleich sehen, Alter! Muckst du! Muckst du! 1 gegen 1! 1 gegen 1! Oh, was? Was? Wenn wir gleich sehen, was schlecht ist! Sagt der Timo! Sagt der Silber Timo! Sagt der Silber Timo! Ich bin zwei Games von Gold entfernt! Zwei Wins von Gold entfernt! Und wie viel Lust steckst du mir ab? In zwei! Ich muss endlich da... Einen verlieren! Ey, da... Wenn ich einen verliere, darf ich noch! Aber wenn ich zwei verliere, bin ich abgestiegen! Und ich muss zwei gewinnen! Alter! Tja! Ich steh grad 1-1! Und... Okay! Bitte sag nicht, hier gibt's Ludens! Gibt's hier nicht! Doch, gibt's hier nicht! Ich wär' völlig ausgerastet! Hätt' ich alle geportet! Was soll ich skill nicht skill gequeuen? Ist zwar nicht so schlau, weil ich hin und her springen möchte! Ach, Hermann hat hier nur einen Skill erst mal! Richtig gay, gell! Die hätten so einen gewundener Wald drei Skills machen! Dann ist ja auch Teamland wieder lustiger! Du stehst außerhalb! Da sind sie! Wo? Wo? Niii! Lol! Verkackt! Die hat verkackt! Oh nein! Ihr kassiert, das wisst ihr schon! Da wird's gleich fürs Blatt regnen! Wenn ich einmal gefeedet bin, ist es GG! Ja komm, ich bleib' auf der Lane! Ich hab' den Heal-Bot rein! Bleib' auf der Lane! Die gehen zu fünft auf die Bot Lane! Das ist gut! Haltet die einfach auf der Bot Lane zu sechsten! Nice! Ich und Figaro können einfach junglen und farmen! Oh ne, wir haben Aetherill! Ey! Naja, die sind jetzt runter hochgelaufen! Ja, ich sehe es! Oh ne, was? Die sind glaube ich zwei! Alter! Die haben so einen elendigen Poke! Ja! Was macht da Vladi mir da? Ey, geht die voll LP so rake oder was ist los? I will! Tja! 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 Lol! 3 der rs und halt doch die klappe nur du bist nicht hilfreich da bin ich ich bin ich habe aber ein Teamgeist st ja fisch Good job, thank you very much. Easy. Hey, zusammen. Ich bin hier mit Anna und Timo. Report for Pete. Report Timo for Pete. I can't. I can't. I can't. Er ist ein Lover. Das ist eine Lover der Botlane. Ich bin zu faul schaust zu gehen. Ich lass deren Soraka, deren Soraka ist doch scheiße ob ich es nicht. Die halt einfach poren, du. Ich brauch einfach Level 6, dann ist das OP. Perpete OP. Good job. Oh mein Gott, dieses Video. Wow. Wow. Ja... Ja, gib den Kill. Gib den Kill Cutter. Terminiert. Oh nein, ey, wir haben verloren. Wenn die Cutter jetzt richtig baut haben, wenn die jetzt Loons baut, haben wir verloren. Und wenn die vor mir Level 6 wird und die Lanes nicht gank, ey. Dann ist die die... Ja, kommt an. Kommst du top oder irgendjemand, das ist ne 3-3 top. Die Cutter. Ah, das ist ein Paul. hat er fehlt jetzt sterb hier nicht doch 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 was was macht das für ein Damage, die bewährt noch nicht mal AP die bewährt noch nicht mal AP und macht Damage auf Dune WTF Das ist Soraka halt ja ich habe nur mit den Soraka gespielt 1-3 Timo 1-3-3 bitte die ganze Karte ist so gefiltert und die macht nichts draus ja ich bin da schon nach dem Fight 6 geworden, das heißt, ich habe meine Ulti noch gar nicht drauf Ey, dieser Vladimeli ist fast so schlecht wie unser Timo aber nur fast aber nur fast ich bleib hier mal unsichtbar hocken wenn du da einen Killer abstrauben kannst, alter Feier ich bin wenn sie entkommen wäre, nein nein, warte, 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 ich komm runter ich werd mich hier nicht bewegen ey, die müsste dich sehen mit der Ulti ey, sie sieht die dich nicht mit der Ulti, ist die völlig ist die völlig behindert ist die völlig behindert die müsste weg ich denk mir die so grad, die sind 5 her und wo ist ihre Karte lol, die ist wieder voll all in wenn wir all in gehen würden, würden wir jeden Fall sogar gewinnen aber Oriana ist noch ok, die Tire, ihr Ezra ist 6 was macht ihr da mal oh man, ich wollt mein First Hexer holen oh wir sind nicht wirst du rakka inofficialer Hexerkind, inofficialer Hexerkind ich auch grad irgendwo ein Kind der 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 mein Hexerker ist Der hat, der hat mir einen Hecksacker ist. Oder habe ich die Soraka davor bekommen? Oh, fuck. Ey, der hat, der hat das jetzt, ich hab, ich hab das nicht gesehen. Nein. Hast du das gesehen? Was? Er hat mir mal einen Hecksacker ist. Habe ich die Soraka davor bekommen? Nein, habe ich nicht. Oh, doch, 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 das war ein Heckser. Sie ist danach gespawnt. Inoffiziell Heckser. Ist halt während dem Fight nach gespawnt. Glaube ich, ich schaue mir das Video einfach nochmal an. Kommt, rennt in den Pilz. Ich fahre mal noch weiter, ich fahre mal einfach weiter. Genau. 대�avoine 111-800-264-590-164-173-135-174-154-164-174-17444-174-185-174-185-176-175-175-186-185-205-175-176-165. . . . . . . . Alter my damage! Steinme in jeden Fall! Alter, close! Oh oh. Ja, äh, was? Geile Ultimlar, die mir. Nice. Ey, das Game gibt... Alter, das Game kriegt keiner, wenn ich nicht mehr gewinne. Das Game kennen wir nicht mehr gewinnen. Doch. Du flinchst nur schon wieder. Nein, nein, das können wir nicht gewinnen. Wir spielen nicht als Team. Das ist eigentlich... Ich hab keine Schulterpfehlungen, das können wir gewinnen. Ja, ne, die Jura geht rein, stirbt. Wenn der Esser rein stirbt, dann geht die nicht rein. In 20 Sekunden fighten wir, da hab ich wieder Ignite. Und ich fighte nur mit Ignite. Ich geh jetzt erst mal wieder auf Schuhe splenden. Okay, Minen. Oh, dieser Wladder. Oh, lol. Oh, lol. Die, die... Oh, ich hasse das. So, ja, diese scheiß Makierungen. Ich claim jetzt nur noch. Ja, den Chatband, mehr kann ich gar nicht kriegen. Jura, geh rein. Jo, die sollte da unbedingt rein gehen. Wieso ultet die nicht mal? Ey, that team, that team, it's useless. Die fighten hier ununterbrochen als Team und was machen wir? Wir Noob'n. Ja, so sieht's aus. Fuck you, she's so darker. I know. Oh, Hexa! Hexer?! Inoffizieller! 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 Inoffizierer Hexerkirn. Ich hab nie von alleinem Offiziellen gesprochen. das ist doch immer wieder schön ich glaube das können wir noch gewinnen jetzt können wir es wieder ich bin einmal 2 Level höher als jeder wenn wir das noch verlieren zum berichtigen ich bin ja und mir oh sie ist auf K Ding macht die übelsten Damage oh er geht hin da ist der echte FK und scheint ach den brauchen wir nicht da wenn mir keiner hilft oh 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 komm da her ha 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 man ja ok nice Die werden durchschreiten, da heißt es, egal. Hextage Gunblade. Okay, nice. Bruder, noch ein bisschen Kontakt, dein Pils. Report Mushrooms. Jetzt versucht die da, die wird kein Hextage bekommen, das kann doch ich. Ja, gut. Guck, das ist nicht mal die Ulti von... Dolph, Ezreal, komm. Das ist ja noch... Aber ich finde, es steht richtig knapp, bei dem ist der Ezreal gefeedert, bei mir im Team bin nur ich eigentlich gefeedert. Ich muss mal ein Zillkopf. Komm, 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 komm. Oh, komm, ich wollte ja noch Steven. Ich habe auch den meisten Farben, ihr Lappen. Ich glaube, der hat ein DC. Macht sie die Krabbe? Packt sie das doch nicht mal. Oh, da ist eine Kata. Habe ich aufgesehen. Nachdem du tot warst, habe ich sie aufgesehen. Das ist Kata, das sage ich dir. Deswegen hasst jeder Kata. Oh Gott, alter, bester, bester Mann. Kann mir keiner du selbst beschaffen, den... Bester Mann. Jetzt passen sie gleich dir und seit Timo. Schwellig echt, dich danach zu reporten. Wir sind jetzt da, drei. Wollt ihr mich verarschen? Also er macht die Geister und wird gleich von der Kata gekillt in fünf, vier, drei, 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 eins. Nein. Mein, die Kata ist so schlecht, hat da kein Wort geplaced. Ja, die Kata ist hier auf der... Ich denke, die Volopedi-Words hier, gell. Hm. Ich denke, dann über euch ist eine Nidalee. Wo? Kannst du da verzweigen gehen? Hier. Warst du? Nicht gut oder? Nicht gut. Hallo, der Damage kam von mir. Loll. Oh oh. Ah. Der Damage kam von dir, dann hab ich uns sonst übergeben. Oh nein. 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 Da geht es weiter. Ehrlich! Bye. Mann, der Aidball macht wieder nichts. Lass doch noch zusammen rumlaufen und kriegen wir das nicht hin. Das Team ist aber zu blöd, uns zu helfen. Ich hab hier keine Rabadons, nein, der schade. Was ist das eigentlich? Ja, okay, das bringt mir nicht. Ich brauche das dann. Deswegen kaufe ich mir persönlich als Kater keinen Sonjas. Du weißt, dass das Sonjas so ein Rabadons Teil ist. Ja, ja, ich weiß, aber ich meine allgemein. Deswegen kaufe ich mir keine Dinge. Oh, Kater, wir sehen dich. Ich weiß auch noch ein bisschen... Diese Figur ist unglaublich hammer schlecht. So, hammer, hammer, hammer schlecht. Sag die doch zu mir, du Affe! Problem ist es! Ja, danke. Hatte ich mir KS. Not even close! Minions, wieso kotzt er nicht? Oh, mach ich! Ich... ... ... ... Nein! Hey, ich sollte sagen, wieso ich überlebt hab, guck dir meine Items an. Das gibt's ja auch nicht. Nur deswegen hab ich überlebt, weil ich einen Hextage-Gang-Date hab, sonst werd ich den Kinn nicht mehr bekommen. Unglaublich, Hammer, 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 Hammer. Ich will mir ne Schuhe weiterführen, nämlich die. Permanente Laufspeed-Geschwindigkeit. Jetzt wird die gestunt, die Fiora. Also mich stun die immer. Von wem sollen gestunt werden? Von Lux. Na gut, jetzt ist die tot. Ich kann nicht stun. Nein, Lux kann ich stun. Bitte, bitte, bitte mach die nicht tot, ich will die tot machen. Geh doch von hinten rauf. Ich wollt grad nicht kaisen. Nein. Nein. Da ist Movement Speed. Oh nein, komm noch ein Panther, bitte noch ein Bender, bitte, 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 bitte. Wenn ich mich stehlt, flippe ich aus. Über dir ist die Kata. Hexa, Hexa, Hexa. Hier ist die Kata. Komm! Meine, meine, meine. Komm her! Oho... Gigi! Und, Kiel, jetzt können wir zuerst eine Pushen, endlich! Herrlich! Oh-oh. Nein! Ich hab das gar noch bekommen! Guck mal wie die sich aufregt! Die war einfach so fiechend! Ich hätte sogar überlebt, hätte mich- Wer hat mich gegneitet? Ja, Niederle- Nein, Niederle hat mich beigeworfen. Was hätte ich sogar noch vielleicht überlebt? Alter, diese Dutchess! No, ich komm gleich! Ich werde nicht hier mit dem Aufplatz! Ah, ich bin unsichtbar! Wie weit seid ihr? Schnellen Hexakiller, da muss ich meiner Mutter kurz helfen beim Tragen! Die war ein Kaum! Und ich hab übrigens inzwischen meine 24.000 Punkte mitgelegt! Äh, rate mal wer grad! Äh, einen offiziellen Hexakiller und einen inoffiziellen gemacht hat und einen Panther! Ja, wahrscheinlich nicht du, so wie du redest! Doch, ich! Ich... Hhhhh, 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 hhhhh Komm, die anderen gleich? Bisher sind wir noch zu dritt! Die Gegner sind gar nicht aus dem Spiel raus gewesen. Okay, ihr hattet einen Hexakill, aber die Gegner sind nicht aus dem Spiel raus. Jo. Das ist schon irgendwie traurig, wa? Gregor, wir haben Afkala. Achso. Er hat wieder hergestellt. Jetzt schon? Krass. War er nur zwischenzeitlich Afkala, oder wie ist das? Oh ne ne, er ist Level 8 und ich bin Level 30. Ich bin Timo, der die ganze Zeit nur im Jungle Pilze plantet. Ja, dann mach mal was Sinnvolles und es beende. Wir wollten eigentlich vor 10 Minuten anfangen, ungefähr. Ich bin davon abgesehen, ihr habt auch 2 Goldspieler im Team und die Gegner nur einen ehemaligen Goldspieler. Ne Frage ist, ist unser Seelengoldspieler? Äh, glaub schon, aber ich hab mich drauf geachtet. Ja, der war Afk. Ja, passiert. Hey! Hey! Ey, andere bin ich weg und weg und direkt tot. Boah, bist du doch gerade dumm gestorben, Andi. Ich? Ja, ich guck euch gerade zu. Und ich? Ich bin nur dumm. Wahrscheinlich, so wie du stehst, ja. Na komm! War richtig dumm warm essen. Hehehe. Wie lange dauert das Spiel noch? Ja, wenn wir glüten würden, würd ich... Ja, dann mach das mal bitte. Ja, dann mach das mal bitte. Go. Sonst spiel ich gleich alleine. Nimm die mal. Nimm die mal. Nimm die mal. Hey, wir wurden ge-aced. Was? Zum ersten Mal. Nein. Nö, nicht zum ersten Mal. Ich glaub, wir sollten einfach durchpushen. Du musst einfach gewinnen. Du kannst alleine drei oder vier Gegner schütten, also... Oh-oh. Ich hab keine umgesetzt. Mann, Cut. Wir haben sich alle so sein. Du kannst dich durchpushen. Ja, nö, jetzt. Jetzt ist easy. Jetzt ist aus. Puh, du stehst 31,11. 31,12. Ah, also stirbst du gleich wieder dumm? Richtig gut kagelt. Weiß auszusehen, in Sonja Spinner schadet meine Ulti-Trakte. Ah, ja, jetzt hat er aus dem Reconnected. Mann! So alt, wie ich so Hacker hasse. Die verstummt mich einfach permanent. Ah, das ist ihre einzige Aufgabe, so in etwa. Ich würd' alle wieder kriegen. Ich hab' ja den Hexelstandweg. Du gleichsteam. Äh, den. Ja. Was soll ich denn machen? Was kann ich denn dein Bild ändern? Was kann ich denn dein Bild ändern? Mensch, grüßt es ja nicht schlecht. Und ich will dafür nicht verkaufen. Oh nein, diese Fiora. Oh, der Asi ist, Asi ist wieder da. Ich hab' ja auch schon gemerkt. Also, richtig geiler und geiler Play von dem. Bitte stirr, bitte stirr, bitte stirr. Okay, jetzt, äh, wie geht der Asi also auch? Mann! Ach, halt, das hat er schon vorher gemacht, so ein bisschen. Hallo, hilf's mir, hilf's mir! Da! Boah, ja, habt ihr einen Topline-Tower doch so? Ich steh' 31. Ja. Mein Team ist so möglich. Na ja, da war grad die Stelle, wo du dumm gestorben bist. Ja, ich, ich steh' 31. Die gehen alle Solo rein und verrecken. Und du meinst so wie du? Ja, ne, ich steh' rein, denn die laufen wir hinterher machen, aber nicht. Okay, das ist die Dieben verloren. Ja, das ist auch okay. Wir haben auch 20 gibt's mehr. Marco läuft einfach mal, geht dann vorbei. Auch geil. Ja! Fünschen auch richtig hässlich. Korrekt an ihrem Gift. Dieser Bladen ist richtiger Pro. Wow! Wow, der hat... Lol, der hat hier noch zu kommen. Lol! Nice! Ja! Botlin, der hat keiner. Ja! Hast du den anderen Leuten denn schon Bescheid gesagt, dass sie jetzt, ähm, kommen sollen? Ja, ja, der eine hat ja gesagt, der kommt 10 Sekunden halb. Okay, weil es ist schon halb. 0,96 Sekunden... Punkt, 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 Punkt. Ich hab' den doch nur angejumpt. Lol, die Gegner hat... Lol. Lol, die haben mich gefehlt. Rest in peace, bros. Was haben die gefehlt? Zu gewinnen, oder was? Ne, ne. Ich hab' dir mein Handy hingetoren. Fuck. Oh, komm! Ich hab' gefehlt. Ja, warte, ich schreib' noch mal Reshet an. Sorry, größter Spaß. Hat richtig gefehlt. Mach' mal die Tür zu, bitte! Ja. Oh, das ist alles. Oh, ist die... Blau. Unsererster ist Ratschma. Ade. Was? Andi. Was? Kannst du ja abgewöhnen, ständig zu sagen, dass du alle Leute kickst. Mach' ich nicht. Nein. Hallo. Deft 10 Sekunden. Oh Leute, ihr seid so bad. Ich hab' nur gesagt, dass ich welche auswechsel. Und ich hab' die heute auch nicht zum Training ausgeladen. Ja, ich wechsle sie aus, ich hab' nicht genau gesagt. Ja. Ja, ja. Warte.